N-ix-PAN-V 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 Ich hab das Gefühl, es ist jetzt schick geworden. Nein, wirklich. Wir können auch mal gerne darüber reden, es ist einfach schick geworden, dass jeder sich jetzt irgendeinen Affen an die Seite holt und sich die Pläne für die nächsten 3-4 Jahre schmiedet. Aber dabei merken die alle gar nicht, wie deren Mucke auf der Strecke bleibt. Weißt du? Es ist gerade voll angesagt zu sagen, ja, mein Manager kümmert sich um den und den Schwachsinn und ja, wir versuchen jetzt auch die und die Marke aufzuziehen und ich hab jetzt hier und da einen Werbedeal. Aber ihr Affen, ihr könnt alle nicht rappen. Das ist immer noch so, das ist einfach traurig Das ist nach wie vor, dass ich sage 70% dieser Vollidioten sind einfach da Weil vielleicht deren Beats cool klingen Oder weil sie ein geiles Image haben Aber raptechnisch passiert in Deutschland einfach nicht viel Und deswegen sage ich dir ganz ehrlich Wenn du mir die Frage stellst Was ich mir Gedanken gemacht habe Für dieses 2013 Dann wäre im weitesten Sinne Dass ich dir vielleicht nur eine Antwort darauf geben könnte Dass ich Bock hätte Talion 2 zu machen Backspin Backspin